Hallo Leute und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Minecraft Walls. Mit dabei ist natürlich wieder der Blobfisch und das Fritteuse. So, vor der Vorfolgenstart wurden hier gerade Fritteuse und Blobfisch getötet. Ja, mhm. Und, ähm. Ich habe immer cheated, aha. Daher habe ich ein paar Items von diesen beiden Personen eingesammelt. Eilid, das sind nicht deine Items. Ich habe nicht mal Items. Das ist nicht alles meine. Ich hatte noch eine Schaufel und ich hatte vor. Und, ähm, wir haben vor, uns jetzt alle, ähm, mit Packsern auszustatten. Weil ich stirre mein Holz und mein Stein und mein Schaufel. Und daher werde ich jetzt noch zwei Spitzhacken craften, schnell. Oder so gut wie alles, weil ich kann das nicht mit Kaffee machen. Nein, ich brauche meine Sticks. Ähm. Dankeschön, Juri, gib mir bitte mein Zeug. Okay. Oder so, oder so. Ja. Hallo Leute, ich wollte gerade eben drei-, dreimal Packsern craften. Ihr könnt mich nicht mal in Ruhe craften lassen. Mann, seid ihr Asozia. Ich schmeiße euch gleich beide aus der Aufnahme raus. Ich hab sie nicht, ich hab sie nicht getötet. Ich wollte ihn eigentlich nur einmal schlagen. Ja, Juri, weißt du, wie low wir sind? Ich hab ihn mit der Spitzsacke geschnackt. Ja. Das außerdem. Aber aufmerksamen Zuschauern wird aufgefallen sein, dass ich nur noch ein halbes Herz hatte. Also ich... Danke, danke, danke. Hier, der ganzen Ei. Sag mal, was bildest du dir denn eigentlich ein? Bloß weil du vorhin gestorben bist, heißt es doch noch lange nicht, dass ich jetzt auch wieder Full Life hab. Tja. Tja. Ja, bitte. Ich bin der ganzen Ei. Das ist... Das war's doch. Das ist meine, aber okay. Da muss ich wegtholen. Ja, ich bin nicht so weit. Also da liegen jetzt auch... Das trau ich's nicht. Das trau ich's nicht. Das trau ich's nicht. Das trau ich's nicht. Boah, wisst du, was ich unbedingt spielen möchte? Hm? Nein. Captive. Hä? Und damit kommst du jetzt in meiner Aufnahme? Ah, ich hab ihre Sachen eingesammelt. So, ich hab jetzt ne Pixel. Ja, sammelst das mal ein, ich komm nicht. Guck, was ich hab. Guck, Lenny, guck. 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 Guck mal, was ich hab. Guck mal, was ich hab. Da hab ich Pfeifen gefunden. Nein. Vor allem zu der Pfeife, die sich Ploppfisch nennt. Oder? Bin ich hier richtig? Hallo, hallo, seid ihr hier? Hallo? Nein. Nein, hier ist niemand. Scheiße. Oh, Gott. Oh, das fängt ja wieder toll an. Ah, doch, hier seid ihr. Hier seid ihr, super. Wo ist mein Zeug? Ähm, was hattest du denn alles? Alles mögliche, keine Ahnung. Ich wollte auf jeden Fall Paxel craften. Ich hab mir jetzt schon eine gekraftet, also hast du diese Spitzhacke, hast du diese Spitzhacke? Dann hab ich den... Hey, die hab ich für euch grad gecraftet. Ich hab mir schon ne Paxel gecraftet, weil ich hatte das Zeug. Nein, du hattest das Zeug nicht, du hattest nämlich gar nichts im Inventar. Doch. Ich brauch die scheiß Spitzhacke nicht. Es gibt mir das wichtige Zeug, wo ist der Crafting-Table und mein Ho- und mein Stein? Hier. Hier. Und mein Holz? Danke. Ja, das war's. Glaube ich. Mann, seid ihr zwei nervig. Ich bereue es jetzt schon, dass... Ja, nee, das hier ist ländlich. Guck mal, guck mal, wo die ist. Guck mal hier! Oder doch nicht. Ich bereue es jetzt schon wieder, dass ich euch zwei genommen hab, um... Ja, nee, ich kann ja nichts dafür, weil ich gar nicht sterbe. Vor der Aufnahme? Ja, ich kann auch nichts dafür, dass Lin so doof ist und mich dauernd töten muss. Ich hab... Ich hab... Äh... Die hat sich getötet und die... Ich sollte vielleicht erst mal fragen, wie viele Herzen... Ähm... Galerie! Nein, es wäre aber weggerad. Ich bin Juri. Was wäre ich? Was wäre ich? Ich bin jetzt schon wieder... Ich hab keine Items. Oh, cool. Ich hab aber den Rest der Items. ganz anders produktiv. Mhm. Wo seid ihr? Ich bin... Ja, wo hier hinten? Ja, das hilft mir. Du bist grad an mir vorbeigerannt. Ja. Ach da. Wieso... Willst du auch jemanden sehen, der sich irgendwo eingebaut hat und versteckt? Und sneaks? Na gar nicht mehr, ich renne hier gerade rum. Und baue ich mir hier... So, äh... Kommst du jetzt mal mit? Ja. Wo bist du? Da oben. Gut. Nicht über Bäume rennen. Ich bin nicht über Bäume. Doch, du bist grad eben an vorne. Ich sammle nix ein. Der Rest liegt im Wasser. Schade, dass man aus den Gefilzen machen kann. Wer bellt denn da so im Hintergrund? Ach nix. Ach nix? Nix klingt anders. Das ist ganz eindeutig ein Hund. Das ist ein Nachbar und ich kann nichts dafür. Nee, das kann ich. Ja, das weißt du. Du bist dann hier. Nee, weißt du. Jedenfalls ein paar Kilometer. Okay, kommst du jetzt? Ja, wo... Ich wollte... Lynn, du kommst wieder zu der Höhle, wo wir in der ersten Folge waren, okay? Und wo war die? Oh, ich bin sogar da. Und wo war die? Und ich stehe direkt davor. Alles klar. Ja, ich komme auch mal. Äh, ich verfolge Juri jetzt einfach. Ich weiß nicht, wo die ist. Oh, wie viele Creeperlöcher hier überreischen sind. Warte, ich komm zu euch. Ich hab kein Essen. Wir sollten uns echt nur um das Problem Essen kümmern, ja? Hab ich. Mhm. Bloß, wer ihr so unproduktiv seid, kann ich ja auch nichts dafür. Ja. Also, ich hab kein Essensproblem. Da. Ich schon. Warum hast du keins? Ja. Weil ich Pilze gesammelt hab. Da. Hm? Da im Wasser. Danke. Okay, kommts, wir meinen jetzt ein bisschen. Ohne Spitzhacke, alles klar. Äh, ich brauch hier oben mal Ofen hin und so, scheiß, ne? Würdest du mal bitte meine Spitzhacke zurücknehmen? Warte, ich mach dir auch ne Pexel. Vielleicht erst mal Kopper schmeißen, ich glaub, ich brauch noch mehr. Wir beide da einfach hängt, ne? Mhm. Das Koppertrum. So. Danke. Da ist Koppertrum, das Koppertrum ist wahrscheinlich von mir, oder? Aus meinem Inventar gewesen, oder? Ja. Ja, gut. Deshalb schmeiß ich das jetzt mal. Okay, wir gehen jetzt mal. Nein, ich geh hier oben weiter gucken. Kommts hier? Ne, ich bin hier oben, ich guck hier oben noch weiter auf. Ich hab das Gefühl, dass die Plexeln ein bisschen langsamer abbaut als eine normale Spitzhacke, kann das sein? Mh, mh, ne, was nicht. Schneller? Mhm. Naja, dort baut sie schneller ab und Holz. Oh. Stimmt. Aber bei Stein? Keine Ahnung. Doch, ja, doch. Komm. Da oben ist Anderuns und Narasound. Das macht mir Angst. Ich hab's doch. Ich hab's doch. Ich hab wieder Cola. Ich geh mich mal ein bisschen um die Essens zu verkümmern. Ich glaub, dass es für meine Zuschauer interessanter ist, wenn ich da unten rum mein. Was? Ich glaube, es ist für meine Zuschauer interessanter, wenn ich mich um das Essen kümmere. Ja, dann musst du weiter von oben bis zu oben. Ich hab mir ein Thema, über was ihr reden könnt. Florian. Florian. Was? Ich, fuck, ich bin weggesterbt. Du bist weggesterbt, Alter. Okay, ich hab wieder Tin All gefunden. Wieso bist du schon wieder weggesterbt? Wieso bist du schon wieder weggesterbt? Außerdem kommt keine Meldung im Chat, dass du gestorben bist. Bin ich gar nicht. Ich hab grad nur gesagt, weil in der LOL-Aufnahme hab ich doch gesagt, pack, ich bin weggesterbt. Ach, echt? Ja. Wo wir über diese, wo du gesagt hast, diese Ash, die wird gleich wegsterben. Ah, okay. Dann hab ich mich über dich lustig gemacht. Wenn du sagst, ich bin, dann muss es aber heißen, weggestorben und nicht weggesterbt. Ich weiß, das war doch einfach nur... Ach, Alter. Kupferplatten bringen einem so gut wie gar nichts. Ich hole mir jetzt erstmal. Doch, die sind essentiell notwendig für Raumschiffe. Dann mach ich jetzt Kupferplatten. Nein! Weißt du wann wir die Raumschiffe bauen? Hast du grad Kupferplatten gemacht? Hab ich nicht. Ah, dann ist ja gut. Ich geh mit mir mal eben ein bisschen Holz. Ich hab nur acht Kupferplatten. Ich habe keinen Dings. Gibt's hier unten... Auf welcher Höhe gibt's Quarz? Auf Quarz gibt's nur im Never. Nein, diesen anderen Quarz. Es gibt glaub ich noch einen Quarz. Weil ich hab letztens... Ich hab mal hier so einen Quarz... Nein! Ich hab so einen Quarzschwert gesehen, dann hab ich unten drauf gedrückt und dann... Oh ne, er. Und dann das... Da war irgendwie noch so ein anderes Quarz. Weiß nicht. Ja, stimmt. Das ist ein anderes Quarz. Das ist aus einer anderen Mod. Oho. Das gibt's ja mich hier. Warte mal. Ähm, davon hab ich schon was gefunden. Das findet man... Ähm... Über... Der Erde auch. Also... In kleinen Höhen. Das findet man ziemlich weit oben schon. Was brauchen wir? Oh ja, Zinn? Zinn? Ja. Okay, dann ist das ja okay. Weil ich hab grad so viel... Nimm einfach alles mit, was nach nem Erz aussieht. Okay. Spätestens bei der Rakete brauchen wir's. Ja. Und wir sollten uns mal auf Hausbau beschäftigen. Nee, das erst, wenn wir ein bisschen produktiver waren. Ja. Und Essen haben. Genau das, außerdem. Na, vorraus. Oh, echt! Äh, ich muss mal immuten. Okay. Einen guten! Jetzt fangen die auch noch an meine Aufnahmen hin zu fressen, ich glaub's. Ja, ich muss voll schlicht. Ich bin später auch auf. Also, bis dahin müssen wir, glaub ich, die Aufnahmen beendet haben. Äh... Weißt du, wann's... Gibt... Beziehungsweise dann kannst du dich noch ein bisschen mit Lani unterhalten, weil ich... dann wahrscheinlich wieder komme. Irgendwann. Das heißt, dann geht's irgendwann heute Abend noch mal weiter. Ja. Ich kann ja bis hin. Und das interessiert jetzt meine Zuschauer. Ja. Und was ist das hier? Ich hab Eisen! Das ist ein neuer Fortschritt, ne? Nein, das ist nicht, weil ich Eisen im Inventar hab. Und ich hab ne Höhle! Mein Beileid. Und ich glaub, ich sterb gleich. Ja, definitiv. Und ich glaub, ich weiß, wo das Dings... äh... die Lava herkommt. Äh, du Juri, wann ist die Aufnahme zu Ende? Jetzt noch nicht. Oh! Wollt ja nur fragen. Hübe. Ich hab ne ziemlich... Ich würd sagen, so fünf Minuten oder so. Ich hab ne ziemlich große Höhle gefunden, wo ich Angst vor hab. Und ein halbes Herz hab ich. Soll ich jetzt was dazu sagen, oder soll ich's lieber lassen? Was? Sag nichts dazu, bitte nicht. Okay. Ich geh hier einfach nur raus, geh... Ich grabte mir eben noch so ne Pexel, weil meine ist gleich kaputt. Und ich bin verlasst. Ich hab so das Gefühl, dass die sich gar nicht mal so rentieren, weil, ähm, die Haltbarkeit von denen nicht so hoch ist. Ich glaub, wenn wir hochwertige Sachen haben, dann... Ja. Also, weil, wenn wir, wenn wir Renfused Obsidian Dust oder so haben, von Mechanismen, ähm, dann wollte ich das auf jeden Fall rentieren. Und an alle, die jetzt schreiben, äh, bei Mechanismen, da ist das, äh, voll das schlechte Werkzeug, äh, Pexel. Weil, ähm, da gibt's viel bessere. Äh, gibt's nicht, weil wir spielen nämlich ne ziemlich frühe Version von Mechanismen. Äh, hast du, Juri, hast du Fressen gefunden, weil ich bin am sterben? Ich hab noch mehr Pilze eingesammelt und ich hab ein bisschen Seeds, äh, gefarmt. Damit wir jetzt ne Farm aufmachen können. Okay, das ist gut, weil, ähm, ich hab nämlich ein Herz. Ein halbes. Ich hab ne Höhle gefunden mit sehr vielen Ohrs und, ja. Ich komm gleich, ich bin auch in ne Höhle. Ne, bin ich gar nicht. Doch. Oh ne, doch. Und da ist in dieser Höhle ist ne Schlucht und ja. Ja. Oh, hier ist ein komisches Erd, aber ich weiß nicht. Ah, da sind, da ist Lava. Und ein komisches Erd. Ja. Wie heißt das Erd? Weiß ich nicht, es ist... So gelb. Welche Farbe hat es? Gelb. Gelb. Ja. Gold? Nein, ist kein Gold. Kann ich jetzt grad nicht sagen. Das ist gelb und das ist kein Gold. Äh, keine Ahnung, kann viel sein. Ich hab das... Es ist... Es ist Sulfur. Was? Warte mal. Was für ein Zeug? Sag mal nochmal, wie heißt das? S-L-O... Warte, S... Ach so, Sulfur. Sulfur, ja. Schwefel. Ja. Schön, Lally, du hast Schwefel gefunden. Und daraus kann man... Vergas uns bitte nicht. Ja. Bitte nicht, Lally. Ich hab keinen Bock. Ja. Was passiert dann da? Äh, das irgendwas explodiert. Oh cool, darf ich's machen? Was? Darf ich das machen? Nein, das ist eine andere Straße. Hier ist noch so ein blaues Ohr. Schade. Das blaues Ohr könnte Osmium sein, das wäre dann wichtig. Ja genau. Ist es wichtig? Das ist richtig wichtig. Okay. Von dem brauchen wir Unmengen später. Was? Warte mal. Oh, ihr habt's euch aber schön eingebaut. Ich hab' mich eingebaut, weil ich nämlich... Scheiße! Mein Schwert ist gerade kaputt gegangen. Äh, jetzt mach' ich mir eben eine normale Spitzhacke jetzt. Äh, warte mal, Juri, hier. Kannst du dir ein Schwert bauen? Da. Da. Ah, danke. Ja, super. Mein Schwert ist gerade nämlich kaputt gegangen. Weil ich hab... Ich hab grad... vier Coil... äh... Futtercoilen und... ein halbes Herz. Okay. Ja. So, ich komm' dann wieder hoch. Äh, warte, ich hab' hier Kohle. Ja. Fress vor meiner Schnauze ist okay. Äh, wie lang geht das schon, die eine Aufnahme hier? Ich schau', dass es so etwa 20 Minuten immer gehen. Aber ich denke... Kannst du nachgucken, wie die geht... wie lang die geht? Ähm... Ich halle mich nicht. Nö, ich richte mich immer nach der Minecraft In-Game-Time. Das heißt, jetzt dann wird's auch vorbei sein. Okay. Weil die Sonne geht nämlich schon wieder auf. Also 20 Minuten sind immer ziemlich genau einen Tag und eine Nacht. Äh, Juri? Ich hab... Wie soll ich die dieses komische Omnium oder so? Osmium? Guck mal her. Ja, Osmium, warte. Hier. Ist die Sonne nicht schon aufging? Ach ne, die geht schon. Äh, Osmium können wir uns auch Tools machen, ne? Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob Osmium Tools jetzt die besten Tools sind, die wir uns machen können. Ja, Juri. So, ich mach' auf jeden Fall mal ne Chest, okay? Ja. Und ich brauch' dringend, dringend Essen, weil ich regenerier' ja nicht mehr. Und ich hab' ein halbes Herz. Äh, kommts mal kurz her. Ich... Kommts mal her. Ähm. Ich hab' schon ne Pilze, aber schon Lally. Okay. Ähm. Ich muss jetzt noch regenerieren. Ich pack' hier mal alles, was ich so an essbarmen Zeugs hab' in die Kiste rein. Äh, wollen wir auch noch sofort, äh, ne Kiste machen mit so... Sachen wie... Äh, hatte ich grad nicht noch mehr Pilze in der Tür? Ach, die hab' ich schon reingenäht. Wo ist denn die Kiste? Da. Zeig rein. Wack, nur das Essenszeug kommt hier rein und hier kommt das rein. Ähm, ja, ich hab' äh, gib mir jetzt mal die Höhle. Ich hab' die Höhle gefunden. Äh, wir haben jetzt... Wir haben jetzt ja fast... Ja, die Aufnahme ist jetzt eigentlich vorbei. Okay. Also Leute, ich würd' sagen, ähm, das war's dann auch schon mit dieser Folge. Wir sehen uns dann demnächst wieder zusammen mit den beiden der... mit den beiden Damen zu einer weiteren Folge. Minecraft und... Was? Ist was? Ja... 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 Ich hab' das nicht... Ja... Ja... Die Schüssel bitte nicht wegschmeißen, sondern in die Kiste legen. Genauso wenig wie eure Steinwerkzeuge und die ganzen anderen Steinsachen. Nein, ich hab' noch nicht beendet. Also Leute, ähm... Danke fürs Zusehen! Ich bin der Kritori und tschau.